So, ich versuch' immer wieder. Ich verschwöre immer noch einen Mage, dann werden meine Türen wieder geheilt. Hm. Du brauchst Heilung, ich hab Schaden. Oh Gott, das belässt. Das Böse ist, die Mages machen auch noch so heftig Schaden. Ich hab grad irgendwas verdürt mit dem Jagdtiger auch... wär auch mal lustig anzusehen. Noch 20 weitere Leute zum Nachladen. Ich glaub, der Krieger hat sich grad die Beine gebrochen. War es nicht der Jagdtiger, der zweiteilige Munition verwendet hat? Zweiteilige Munition? Ah ja, ja, stimmt. Ich hab's geschossen und die Treibler wurden getrennt geladen. Ja. So, jetzt sind die beiden Mage schon auf Stufe 2. Okay. Und da ist gerade eben einer der netten Krieger in die Lava gefallen. Mal wieder. Alter, wie viele Bogengeschützen hast du da vorne stehen? Übertreib doch nicht, Junge. Alter, ich hab die jetzt schon seit zwei, drei Wellen nicht mehr aufgestockt. Ja, 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 ja. Ich hab's Rudel von denen. Wo hast die denn ausgegraben? Ähm, aus dem Kristallmeer. Hast du einen Mori? War Orks mitgenommen? Orks hab ich hier gar keine. Ich hab hier Elfenbogen-Schützen. Einen Ogre. Und zwei Elfenbogen. Doch alles das Gleiche, doch alles das Gleiche. Du bist scheiße. Oh Gott. Ich hab' das Scheiße nicht. Alles das Gleiche. Neee. Oh Gott. Ich seh' nichts mehr, aber ganz ein bisschen die Sonne. Ja los, bricht dir das Bein. Was? Ja, die... die Warrior, die hier so rumhüpfen. Ja. Genau. Wenn die in der Luft abgeschossen werden und dann tot zum Boden fallen, dann sieht das aus, als hätte sich irgendwas gebrochen. Quasi. Also der Ogre die grad neuerfach aus der Luft gibt. Ja, der Ogre hämmern die auch aus der Luft. Äh, weißt du, er hat in dem Fall gerade einen Schlag nach unten ausgeführt, weil sie das aussah. Ja, ich weiß. Okay, das war grad schlecht, aber sah ziemlich schmerzhaft aus. Er ist auf der Luft. Nee, guck mal, ich ging da rum. BAM! Nein, tust du nicht. Er ist auf der Luft gepflückt und zweitens am Boden zermatscht. Dieser Ogre ist einfach nur böse. ah, oh. Und das kriegt nicht gut. Böse ist ein Panzer nach dem Aufstehen. Der Ogre ist trotzdem. Böse ist ein Panzer nach dem Aufstehen. Ein Panzer nach dem Aufstehen. Der S-Punkt. Und der legt mit seiner Hochgeschwindigkeit Kanone gazellen, um sie nachher genützt zu verscheiden. und sie nachher genüßlich in seinem netz zu verspeisen wir reden von einem panzer oder rennen von einem panzer 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 und oder panzer ein panzer panzer der panzer er legt mit seiner hochgeschwindigkeitskanone ganz hell um sie nachher genüßlich zu verspannen in seinem nest das habe ich vergessen ich habe er in dem bild von inneren auge wie es kommt ein ober auf einer weiteren richtung auch voll um die sohn panzer mit mir sich zwischen bischen versteckt der zelle abknallt dahin fährt sich dann über die über das ding drüber fährt und das ding fernacht ähm kennst du das von family geil mit dem feuerwehrauto ja so ungefähr was im flieger lebt das kann das zweifache seines körpergewichts vertilgen die krankenwagen müssen sich mit den resten begnügen what the fuck ähm was vertilgt das doch noch mal? auch ne gazelle? was? ja weil er schlägt sich mit seiner leiter das ist sowieso was? 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 progast? meine front blö da hast du es hochgemacht ich bin hier zusammen? ja ich hält gerade aus ja lass mich endlich hier hoch oh äh kollega? was? da ist was durchgekommen das sind diese selbstmordattentäter die machen höllisch viel schaden plötzlich nein da ist irgendwas gegen das durchgekommen ich meine meine front ja und die haben gerade auch den kristall bekommen ja das habe ich auch gesehen nein ich weiß was war der das? das waren rote selbstmordattentäter komplett rote ja voll ja voll die oberste priorität machen wir den für zeitsicherer was von die ganze zeit unsere priorität ist aber scheiß drauf ja ich meine oben ja mach du die flak wenn du willst aber der turm bleibt da ich komme zu nahe meine balline her ich bekomme zu nahe meine balline her ah süß sogar ein gelber hm neklar best ich hunderttausend lief was? fuck 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 ich brauche Mana ich brauche Mana lass mich hier raus warum? nein nein hast du runtergefallen? nein er hat mit Dominik ich weiß der Mana da ist da liegt mein Mana doch da liegt mein Mana doch ein starker das unterfall hält der kristall nicht mehr aus ja ok hab wir sehen er haut dich alles aus und nach nach da ist er gepflanzt das war's dammit we failed so hard Moment mal du hast die Auszeichnung unbesiegbar bekommen und bist verreckt hab ich irgendwann eine der Wellen davor bekommen ach so wenn das so ist ja dann ok das war's dann erstmal soweit bis zum nächsten mal Leute ciao